Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu die Sims 4, die Castaway Challenge. So, wollen wir mal gucken, Shaniqua? Nein, wir gucken doch nicht. Oh Gott, was ist denn hier los? Ist ja alles total mies, Alter. Was hast du gemacht in der Nacht? Gut, wenn du jetzt gleich aufwachst, ich will dich jetzt noch ausschlafen lassen, dann gehst du erstmal Pullerchen machen und dann gucken wir... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, 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 da können wir auf jeden Fall... Guten Morgen! Ja, musst du Pullerchen? Komm, du weißt genau, wo der Busch steht. Hier, Abmarsch. Du weißt doch genau, wo der Busch steht, Kind. Wolltest du jetzt zu dem anderen Busch gehen? Kann das sein? Oh, weia. Oh, weia. Och, und dann hat sie schon Hunger und Hygiene ist schlecht. Ach, ja, komm, hüpf da rein, Kind. So, Hände waschen, Hände waschen, Zähne putzen, Hände waschen. Sollte ja vielleicht erstmal genügen. So, lass mal gucken. Du hast da noch was Gutes, was Großartiges. Das ist ja nicht zu fassen. Hast du noch? Oh, oh, der kommt raus. Den möchte ich nicht, dass du den isst, Kind. So, ja, wenn du dann da soweit bist, machen wir dir hier erstmal Frühstück. Ja, ja, Fisch zum Frühstück. Ja, Urba, ich weiß, dass du stinkst. Ich habe dir schon gesagt, geh dich waschen. Äh, musst du nicht gleich knieselig werden. So, lasst mich mal ganz kurz schauen. Ihr habt gesagt, keine weitere Pflanzenkiste. Bin ich absolut dafür. Ich denke nämlich, das ist nicht nötig. Und, ähm, brauchen wir nicht. Oh, sie putzt sich da hinten fein die Zähne. Das ist, äh, super. So, ja, mach's doch kaputt. Wir haben's ja auch nicht erst repariert. Oh, du bist so ein Jambel manchmal. Echt? Bam. So, alles klärchen. Dann mach dir erstmal, äh, Grillen, Fisch. Sehr schön. Ähm, was wolltest du hier alles? Ja, ja. Verrückten Plan vorschlagen. Ja, ich hab einen verrückten Plan. Mach dir mal was, äh, zu essen. So, ja, und wegen der Müllpflanzen, ihr Lieben, wir werden einen Mülleimer hier aufstellen. Ähm, das ist ja sehr nett hier, aber das bringt uns nichts, wenn sie uns hier die, äh, Insel zumüllt. Denn wir brauchen den Platz noch. Hier soll später noch eine Hütte hin. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir gönnen ihr mal einen, ähm, Mülleimer auf jeden Fall. Das muss ja auch nichts... Uh, was? Perfekt passender Fingerhut. Aha. Äh, das muss ja auch nichts Tolles sein hier. Was? Nasszellen, Mülleimer. Okay. Äh, komm mal her. Aber haben wir das irgendwie in einer... Oh, hier die Tonne. Warte mal. Die passt doch total schön, würde ich sagen. Oder? Äh, nee, die Tonne finde ich cool. Warte mal, kriegen wir die in... Äh, nein. Öh, ja. In dunkelbraun wollte ich die. Wo stellen wir die denn mal hin? Dann, komm mal her. Die stellen wir mal hier hin. So, sehr schön. Die passt doch hier total schön. Naja. Ich dachte, das Holz wäre ein bisschen heller. Okay. Also, ähm, ne? Einen Mülleimer. Fülle, Madame. Weil total vollgemüllt möchte ich das jetzt hier auch nicht haben. So, Fräuleinchen. Und dann wird hier auf jeden Fall bewässert, dass wir hier weiterkommen. Oh Gott, ey. Das war's Specken. Das müssen wir dann unbedingt... Hier wird mal alles bewässert. Dann wird gejätet. Muss ich die einzeln weiterentwickeln? Man weiß es nicht. Ich hoffe, sie bewässert alles selbstständig. Dann mache ich hier jetzt nur erstmal... Ja, okay. Ich mache gar nichts. Die Warteschlange ist schon wieder voll. So, ähm, wie sieht es denn hier aus mit deinem Fisch? Qualität normal. Na gut. Damit bin ich einverstanden. Und dann, ähm... Ja. Ne? 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 Ich... Das... Na, Janik war erstmal schneller. Wo bist du denn? Deine Warteschlange ist voll. So kann ich nicht arbeiten, Kind. Hau rein. Ess den Fisch. Mann, Mann, Mann. Oh, im Sitzen, ey. Erstmal schön den Holzstamm hier mit Pups gedüngt. Jetzt macht sie sich noch nicht mal mehr die Mühe und steht auf dafür. Nein. Okay, genau. Le Kuhpflanze. Ganz wichtig. Sehr schön. Da bin ich gespannt. Wenn die groß ist, ähm... Nein, in Falschrichtung. Wenn die groß ist, ob das nicht noch Ärger verursacht. So. Jetzt wird hier erstmal fleißig gegossen. Gieß, ja, bitte alles, Kind, ne? Wir müssen alles, alles irgendwie mitnehmen. Ach, guck mal, hier ist auch... Hier ist auch was fertig. Alles, ähm... Mal weiterentwickeln. Keine Ahnung. Ernten, alles. Den ganzen Kram. Oh, da ist auch schon wieder was dran. Was war denn das für eine Pflanze? Oh, der Erdbeerstrauch. Ja. Was? Die Qualität der Müllpflanze ist gestiegen. Das ist ja super. Das ist jetzt hier die Müllsuperpflanze. Oh, weia. Entwickelt sie denn jetzt alle weiter, die sie kann, oder eher nicht? Was? Every day? What laberst du? Swaby Banja? Sie kann doch garantiert auch mit den Pflanzen sprechen irgendwann, oder? Das müsste doch eigentlich auch noch kommen. Sie spricht ja schon mit ihnen, aber ich war der Meinung, Ähm, man könnte ihr das auch irgendwie nochmal extra sagen. Aber okay, bin mir gerade nicht ganz so sicher. So, die Erdbeeren nimmst du auf jeden Fall noch mit, gell, Kind? Nö. So, okay. Wenn du das dann fertig hast, ja, da hinten musst du auch noch. Ja, ich glaube, es sieht ganz gut aus. So, du bist fertig, komm mal her. Wir reparieren das. Du hast es kaputt gemacht, du wirst es reparieren. Ähm, so, uno momento. Und dann wollte ich nämlich das jetzt hier. Teile plündern. Komm, nee. Ähm, ja, komm her. Sie ist eh ein Dreckspatz. Wir spielen mal drin und dann, äh, kann sie das bitte mal entfernen. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ah, man sieht aber hier auch nichts. So, dann bist du gleich wieder eine richtige kleine Sau. Ne? Du stinkst schon wieder. Travoy Plus. Travoy Plus. Räum den Dreck weg. Räum einfach diesen Scheiß da weg. Noch mehr Müllpflanzen brauchen wir jetzt wirklich nicht. So, komm her. Ja, und dann, äh, tun wir hier gerade nochmal was, ähm, uh, da war auch noch Müll. Okay, dankeschön, Kind. So, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Sehr schön. So, wie sieht es hier aus? Ähm, ja, gut. Hygiene. Da arbeiten wir ja gerade schon dran. Oh, hier kann ich aber auch nochmal bewässern. Und weiterentwickeln. Machen wir doch direkt. Ähm, die Pflanze hätte ich gerne nochmal weiterentwickeln. Oh, Jäten können wir hier auch. Oh Gott, das nimmt ja jetzt gar kein Ende mehr hier. Jetzt haben wir hier so viele Pflanzen, dass wir hier nur noch im Jäten sind. So, Kind. Ja, das machst du sehr schön. Kongaloi. Kongaloi. Ja, ja. Was auch immer du da laberst. Ja, wachse, wachse und gedeihen, nicht wahr? Ach, ich würde dich gerne nochmal tanzen lassen. Ich will doch nochmal... Ach, hör auf da zu bieten. Nee. So, okay, geht so einigermaßen dahinten. Jetzt ist sie aber bestimmt gleich wieder dreckig von der scheiß Gartenarbeit. Also, wenn wir da irgendwie mal einen ordentlichen Skill haben, dann werde ich hier, glaube ich, auch wieder irgendwas abräumen. Das ist ja doch ein bisschen arg viel, ne? Ist ja nur noch im Jäten jetzt. Ähm, oh, habt ihr den Fisch hier gerade gesehen? Holla, die Waldfee, das war aber mal ein dicker. Da hinten entwickelt sie es schon alleine weiter. Das ist auch fein. So, Kind, ich möchte aber trotzdem, dass du auch noch ein bisschen Spaß hast. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal den Feuertanz sehen bei Gelegenheit. So, jetzt zünden wir das mal an. Ah! Ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, wenn es möglich wäre. Ja, Kind, das wäre schön. Äh, tanzen. Hm. Ach, jetzt habe ich die Feuerfarbe gar nicht geändert. Also, sie fängt immer total schön langsam mit dem Schunkeln an. Schwimmen gehen? Nee, Schatzi, leider nicht. Äh, Sumpfrucht ernten. Ja, ich hoffe, die kommt bald. Gruppengeschichte erzählen können wir hier leider auch nicht. Äh, Witz erzählen. Nö. Was hast du denn hier? Techtel, Mechtel, Busch. Ach, du willst aber Sachen. Nein, ich habe keinen zum Plaudern. Ein Busch bestorben? Jawohl. Das können wir machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Einen Busch bestorben. Da bin ich mir sicher, dass du das schaffst. Ich habe übrigens, ihr Lieben, einen lustigen, äh, Spruch gefunden. Und dann, den habe ich mir auch mal, ähm, aufs Handy, äh, kopiert. Also, war so ein Bild mit einem Spruch. Den lese ich euch mal vor. Weil der passt total schön zu dem Spiel hier gerade. Und zwar, kennst du diesen Moment, wenn du einen Raum betrittst und nicht mehr weißt, was du dort machen wolltest? Das ist Gott, der gerade Sim spielt und die Aktion abgebrochen hat. So, wisst ihr Bescheid. Fand ich irgendwie ganz süß und sehr passend. Kind, weißt du, was ich toll fände, wenn du deinen Punkt da mal vollkriegen würdest? Ich glaube, wir brauchen Level 3 für den Feuertanz, ne? Hier brennt schon gar nichts mehr. Ach, ich hätte so gern, dass du Musik hast. Jetzt ist sie aber gerade mal. Kannst du das nochmal machen? Jetzt mal in langsam. Hier für uns, bitte. Janik, war das sieht komisch aus, was du machst. Oh, ne, ne, jawohl. Okay. Ja, ja. Und sie verdreht die Augen hier total. Ja, ja, ja. Ja, lass alles raus. Es sieht dich keiner. Das ist überhaupt kein Problem hier. Ach, ja. Schön. Wie sie sich hier verrenkt. So, brauchst du was zu essen? Ne, brauchst du gerade nicht, ne? Hygiene ist schon wieder so scheiße. Ach man, komm, mach mal den Punkt hier voll, bitte. Das fände ich irgendwie nett. Ja, genau. Gib alles, Janik wahr. Hau rein, Kind. Also, wenn man das schneller stellt, sieht's noch dümmer aus, als wenn man es nicht schneller stellt, ne? So, schaffst du's noch? Komm schon. Du kannst es. Jawohl. Level 2 haben wir dann schon mal. Okay. Ähm, wollen wir hier gerade nochmal irgendwas Hübsches herstellen? Haben wir was Neues? Ne, ne? Wir haben ja nichts gemacht. Hier haben wir nochmal einen Beistelltisch und, ähm, Häschenskulptur und, nein, nicht die Schnitzerei verwerfen. Das Feuer ist von selber aus, oder hast du das gerade ausgemacht? Ne, ne? Heißt du nicht? Was willst denn du hier? Nö, du kannst keinen anrufen. Oh, total konzentriert hier bei der Sache, die junge Frau. Ey, erst mal hier durch die Blätter durchkommen, ne? Ich finde aber, sie sieht immer noch ein bisschen ungeschickt aus, wenn sie da so... Oh, oh. Da hinten, guck mal. Unsere Kuhpflanze ist groß geworden. Wie cool. Wie cool. Ja, Schuchu, mach du da mal Schuchu weiter. Wir gucken hier gerade mal bei der Kuhpflanze. Alter, ist das ein... Ein Monster. Aber die steht irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung. Ich hatte eigentlich gehofft, sie guckt uns von hier aus an. Aber nein, da habe ich sie irgendwie... Ein bisschen falsch platziert scheint mir. So, lass mich mal gucken. Spielen mit... Oh, streicheln. Ja, die Kuhpflanze streicheln. Streicheln. Und dann spielen wir mal mit der. Und dann gucken wir mal, ob das für ihren Sozialkram ein bisschen günstig ist. Und wir sollten die auf jeden Fall füttern. Ja, du willst eine Party machen, kannst du gleich mit der Kuhpflanze. Äh, wir sollten die auf jeden Fall füttern, denn ich denke, wenn wir das nicht tun, kann es uns passieren, dass sie unsere kleine Janiqua hier auffrisst. Ja, und manchmal, ähm... Werden die Leute zwar auch wieder ausgespuckt, aber eben nicht immer. Oh. Oh, ist die nicht süß? Oh. Aber ich trau ihr nicht. Hi, hi, hi. Oh Gott. Oh wei. Kannst du sie mal irgendwie füttern? Holst du dann was? Ah, geh. Was hast denn du da jetzt in der Hand? Nun gib's ihr doch bitte. Alter, die provoziert die Kuhpflanze, ne? Will sie es nicht? Hat die keinen Humor? Hm, warte mal. Streicheln wir sie nochmal? Jetzt müssen wir mal gucken, bringt das irgendwas? Nein, bringt gar nichts. Och, schade. Na ja, gut, Janiqua. Seid lieb, ne? Hier, es wird keiner ausgefressen, bitte. Oh, ist das nicht niedlich? Ich hätte aber trotzdem gern, dass du sie fütterst, bitte. Geht das? Die hat keinen Hunger, oder wie? Alter, gib ihr das, Janiqua. Ich kriege echt in Vollpanik hier. Einhaps und dann hat die dich aufgefressen, ich schwör. Ja, die will nicht. Oh, die hat keinen Hunger. Okay, ähm, ich mach nochmal streicheln und spielen mit. Wir müssen uns gut stellen mit ihr. Die Glocke, ne? Geil. Bim-lim-lim-lim-lim. Ach, schade. Ich hatte gehofft, das bringt ja irgendwas. Aber irgendwie... Was ist das jetzt hier, was hier bei ihr... Oh, was kriegt sie denn jetzt hier für eine Fähigkeit gerade? Hör mal. Ach so, Gartenarbeit. Oh, da, das war jetzt blöd von mir. Klar, Gartenarbeit. Ich dachte jetzt eben vielleicht Charisma oder so. Nein, natürlich nicht. Es ist die Gartenarbeit. So, was möchtest du denn hier? Mutigen Anmachspruch. Ne, Spätzchen. Geht leider nicht. Äh, okay. Ich denke mal, du hast jetzt ein bisschen genug mit ihr gespielt. Oder wollen wir mal gucken, ob wir den Punkt hier gerade noch vollkriegen? Ist ja nicht mehr viel, ne? Das ist schon niedlich, oder? Ja, okay. Oh, ich habe echt Schiss. Aber was die auch für Geräusche von sich gibt. Süß. Ja gut, warte mal. Deinen Punkt, den kriegen wir aber doch hier irgendwo voll, oder? Guck mal, hier kannst du jäten. Komm mal hier rüber. Da kannst du jäten. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt hier noch. Äh, ja, ein Zitronenbaum. Ganz toll. Zeig mal her. Ja, dann hätten wir genau Gartenarbeit. Schau mal, Jana. Schau mal, Jana. Mehr gibt es nicht zu tun hier. Gerade. Ach, komm schon. Oh, Vladi. Was? Alien-Nacht. Ach, Mann. Ich würde ja zu gerne zu Vladi fahren und hier mit ihm Alien-Nacht. Machen. Aber, äh, es geht ja nun leider nicht. Ach, ich glaube, wir können hier gerade nichts tun, ne? Na gut, Schatzili. Dann guck mal her. Dann, ähm, machen wir dich noch mal ein bisschen sauber. Wollen wir das mal, ähm... Ne, das verbessern wir jetzt nicht. Könnten wir aber noch machen. Und dann kannst du es auch schon wieder sauber machen, ne? Ja, das ist mal im Bauch direkt, glaube ich. Ähm, bei Gelegenheit verbessern wir das hier vielleicht auch einfach mal das Waschbecken. Vielleicht kriegen wir das dann hin, dass es nicht so schnell schmutzig wird oder nicht so schnell kaputt geht oder sowas. Ähm, wie sieht es mit deinem Hunger aus? Ähm, dann habe ich schon wieder Hunger. Warum denn? Was sagt denn die Uhr? 21 Uhr im Prinzip. Wenn ich dir jetzt nichts zu essen gebe, dann hast du morgen furchtbar Hunger, ne? Wenn du aufwachst. Wäre natürlich möglich. Ja, komm, putz das mal ein bisschen schneller. Und dann machen wir dir noch schnell einen Fisch und dann gehst du ins Bett. Och Mann, süß. Aha, ja, ja, ja. So, Grillen, Fisch natürlich. Was anderes gibt es hier nicht. Obwohl, ich hätte ihr natürlich jetzt auch irgendwie Obst und oder Gemüse geben können. Aber, okay, der Fisch ist doch auf jeden Fall verdammt nahrhaft. Freundschaft schließen, ja. Schade, dass du das nicht mit der Kuh kannst. Ich hatte ja gehofft. Aber nun gut, komm, brat den Fisch. Zur Not gibt es Sushi, Kind. Normal, okay. Normal ist in Ordnung. Ja, du kleine Kuhpflanze. Ja, wollt ihr der Kuhpflanze einen Namen geben, ihr Lieben? Also, mir fällt jetzt spontan nur sowas Dummes ein wie Muu. Hallo, Muu. Wenn ihr da irgendeine Idee, einen lustigen Vorschlag habt, dann bitte her damit. Wir können ihr gerne einen Namen geben. Was Lustiges wäre halt schön. Griselda. Ja, Gerda. Nee, Gerda nicht. Keine Ahnung. Muu Griselda. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. So, oh, die Blase schon wieder. Nee, das bringt ja nichts. Du wachst mir ja dann nur wieder auf, ne. Guck mal her. Dann wird jetzt hier noch wie ein Champion gepieselt. Erstmal wird wie ein Champion dahin gewatschelt. Oh Mann. Äh, das war das hier, ne. Busch bestorben. Ja. Pssch. Ah, ja. So, okay, Kim. Komm her. Du gehst ins Bettchen, würde ich sagen. Gute Nacht. Und dann ist der Tag daraus schon wieder rum. Das war doch schon, äh, einigermaßen erfolgreich heute wieder hier mit dem Gartengram. Und natürlich vor allen Dingen mit der Kuhpflanze, für die ihr euch gerne einen Namen ausdenken könnt, ihr Lieben. Ja, und dann würde ich sagen, wir lassen Janiqua und die Kuhpflanze hier jetzt in Ruhe die Nacht verbringen. Und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und bis dahin, eure Trin.